Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, Herr Vizekanzler, geschätzte Kolleginnen und Kollegen in Hohes Haus, es ist ein guter Tag für dieses Land. Wir beschließen heute eine umfassende Entlastung, wo wir den Menschen in dieser Teuerungswelle auch helfen. Ein Paket, das sofort 6 Milliarden Euro zur Verfügung stellt und da kann man nicht von verfehlter Politik reden, sondern das ist substanzielle Hilfe und ich begrüße es ausdrücklich und möchte dem Herrn Vizekanzler und dem Herrn Finanzminister ausdrücklich dafür danken, dass das auf den Weg gebracht wurde. In besonderer Weise, und das freut mich als Familiensprecher natürlich, ist hier auch in der Breite geholfen worden, weil die Familien entsprechend entlastet worden sind. Ganz klar unter der Prämisse, wer schnell hilft, hilft doppelt. Haben wir als Soforthilfen 6 Milliarden Euro an Entlastung auf den Weg gebracht. Und weil es uns eben wichtig war, auch die Bürokratie hinanzuhalten, eben nicht mit Anträgen und Selbsterklärung zu arbeiten, haben wir auch den Weg der Einmalzahlungen, haben wir den Weg der bestehenden Systeme beschritten. Und das ist gut und richtig so, weil die Menschen unbürokratisch zu ihrem Geld kommen sollen und das wird mit diesem Paket auch erreicht. Und das Paket, das wir heute hier liegen haben, ein 28 Milliarden Paket, ist durchaus beeindruckend. Es ist umfassend, es ist schnell und es ist auch sozial ausgewogen. 28 Milliarden sofort und auch strukturell. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass davor auch die ökosoziale Steuerreform mit 18 Milliarden auf den Weg gebracht wurden, die ebenfalls nennenswerte Entlastung bringt. Und auch das erste Teuerungspaket, das doch auch 4 Milliarden haben gebracht hat, entlastet die Menschen draußen spürbar. Und weil es so umfassend ist, kann man hier nicht alles aufzählen. Aber ich versuche es im Bereich der Familien und der Sozialen, der Familien und Sozialpolitik einmal aufzuzählen, was wir an Soforthilfen auf den Weg gebracht haben. 300 Millionen für die Wuhlner-Raben-Gruppen. Bitte zum Mitschreiben. Einmalzahlungen Familien, das ist besweiflich, Herr Leichtwitter, Sie sich alles da merken. Später, Sie schreiben es mit. Einmalzahlungen bei der Familienbeihilfe von 180 Euro, ein Klimabonus, ein Teuerungsabsitzbetrag von 500 Euro, eine Teuerungsprämie, Strompreiskompensationen, Energiekostenzuschuss, ein vorziehendes Familienbonus, den Wohnschirm. Wirklich ein umfassendes Paket. Und dazu kommen auch noch die strukturellen Maßnahmen. Die Valorisierung der Familienbeihilfe, der Kinderabsitzbeträge, der Studienbeihilfe, der Kinderbetreuungsgelder und auch der Kindermehrbetrag. Alles, was wird angehoben und auch valorisiert in Zukunft. Das ist nachhaltige Familienpolitik, die diese Regierung auf den Weg gebracht hat. Und trotzdem sind wir ja gerne bereit, auch in den Diskurs zu treten und Argumente aufzunehmen. Und was waren nun die Vorschläge? Einer der Vorschläge im Familienbereich war, dass wir eben das Schulstartgeld auf August vorziehen sollen und verdoppeln sollen. Wir haben einen anderen Weg beschritten. Wir geben zur Familienbeihilfe, der normalen Familienbeihilfe im August, eine Sonderfamilienbeihilfe von 180 Euro pro Kind dazu. Das bedeutet, meine Damen und Herren, dass der Vorschlag mit dem Schulstartgeld vorzuziehen und Verdoppelung im August ein Geld von 1037 Euro pro bei einer Familie mit drei Kindern sechs, acht und zwölf Jahre bringen würden. Und beim ÖVP-Modell im August 977 Euro. Aber ich glaube, zum Schulstart gehört auch der September dazu. Und da sehen wir dann, dass bei dem vorgeschlagenen Modell eben im September nur bei 437 Euro zu liegen bekommen, aber beim Regierungsmodell 737 Euro. Das heißt, wir geben 240 Euro an diesem Schulstart mehr den Familien zur Verfügung und unterstützen sie damit. Bitte gehen Sie in sich und stimmen Sie diesem Paket auch zu. Und weil immer wieder versucht wird, den Familienbonus als reichen Unterstützung darzustellen. Es ist einfach, es wird nicht wahrer, wenn Sie es auch noch zu oft sagen. Eine Familie mit 2.100 Euro brutto und meine Damen und Herren, das ist kein reicher Mensch, das ist kein Gutverdiener, löst für das erste Kind den vollen Familienbonus von 2.000 Euro aus. Und wenn Sie es mir nicht glauben, dann glauben Sie es dem Budgetdienst und glauben Sie es auch den Wirtschaftsforschungsinstituten, die ganz klar sagen, der Familienbonus ist eine Punktlandung, er entlastet den Mittelstand und die unteren Einkommensschichten. Das ist die Realität und meine Damen und Herren, in Summe gesagt, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit zu überlegen, diese Entlastung der Bevölkerung mitzutragen. Ich würde mich freuen, wenn wir das alles gemeinsam beschließen könnten. Nächster Redner ist der Herr Abgeordneter Peter Schmidt-Lechner. Bitte Herr Abgeordneter. Danke. Danke. Danke.